So, was ist das jetzt? Jetzt noch genauer, unser Dialekt-Test weiß, woher sie stammen. Sagen Sie uns, was Sie sprechen, wie Sie sprechen und wir verraten Ihnen, wo in Deutschland, Österreich oder Schweiz Sie aufgewachsen sind. Was ist das für eine verrückte Scheiße, Junge, hä? Was ist denn das? Mit rund 100 Milliarden Sprecherinnen und Sprechern ist Deutsch die meistgesprochene Erstsprache in Westeuropa. Innerhalb dieser Sprache gibt es riesige regionale Unterschiede. Der Kölner sagt Viertel nach zehn, die Berlinerin Viertel elf, der Oberösterreicher Viertel über zehn, bro. Oberösterreicher hat auch wirklich komplett ins Hirn geschissen, das ist unfassbar. Und die Zürcherin Viertel ab zehn. Bro, Viertel elf ist das einzig Richtige hier. Und über dieses Scheiß-Thema haben wir schon 98.000 Mal diskutiert. Was soll das? Es ist immer Viertel elf. Immer. Und ich will nichts hören, von wegen Uhrzeiten werden abgerundet oder so. Ich habe das schon einmal perfekt erklärt, warum es Viertel elf heißt und nicht Viertel vor elf oder so. Oder Viertel nach elf oder so. Weil ein Viertel der Stunde, damit elf ist, ist erreicht. Deswegen ist es Viertel elf. Merkt euch das. Die Sprachvielwalt im Deutschen ist so groß, dass es möglich ist, Personen über regionale Unterschiede relativ genau zu verorten. Diese Redaktion hat in Zusammenarbeit mit der Germanistik-Professor Adrian Lehmann und Carina Steiner von der Universität Bern vor einem Jahr einen Dialekt-Kalkulator kreiert, der 2023 zum meistgenutzten Beitrag unserer Website wurde. Bro, das ist crazy. Inzwischen haben wir die neue Version dieses Dialekt-Tests erstellt, welche nun den ganzen deutschsprachigen Raum abdeckt, wo Deutsch-Amtssprache-Status hat. Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg sowie Ost-Belgien und Südtirol. Der vorliegende Kalkulator berechnet in der Herkunft aufgrund von Daten der Befragung von über 18.000 Personen aus 23.000 Ortschaften im deutschsprachigen Raum. Hä? Das ist crazy, okay. Das heißt, ich beantworte hier jetzt ein paar Fragen und dann wissen die, wo ich herkomme, oder was? Das ist verrückt. Das ist verrückt. Okay. Welche Wörter verwenden Sie, wenn Sie mit Bekannten aus Ihrem Heimatort sprechen? Wählen Sie das naheliegendste. Fußball spielen, bebbeln, bolzen, Fußball spielen, Fußballen, kicken, pölen, schutten, schutten. Was? Was ist das denn, Junge, hä? Ja, es ist halt, entweder ist es Kicken oder Fußball spielen. Aber ich glaube, Fußball spielen am ehesten noch. Frühstück am Arbeitsplatz. Zweites Frühstück, Brotzeit, Frühstückspause, Jause, Neuner, Pause, Vesper, Znüni. Was für Vesper, Bro. Das ist ein fucking, das ist ein Moped, Mann. Was für Vesper, hä? Frühstück am Arbeitsplatz. Bro, dazu müsste man jetzt halt mal arbeiten gehen, ne? Da scheitert es bei Wille, oder? So. Aber ist eine Jause nicht eigentlich nach dem Mittagessen? Ist eine Jause nicht sowas zwischen Mittag und Abendessen? Weil ich hätte auch Jause am ehesten gesagt, aber Jause ist doch nicht Frühstück. Was zum Fick ist Jause? Ja, Jause ist so ein kleiner Snack. Also eine Jause kann zum Beispiel sein zwischen Mittag und Abendessen, Einen Apfel und, keine Ahnung, Einen Apfel Und eine Semmel mit Käse oder so. Das ist eigentlich auch so. Nehmt man zum Beispiel auch mit so als Proviant, wenn man irgendwie wandern geht oder so. Das ist halt am Nachmittag meiner Meinung nach. Aber ich glaube, keine Ahnung, also das ist dann einfach zweites Frühstück, I guess. Bro, ich weiß jetzt schon, dass das bei mir nicht funktionieren wird. Paprika, Peperoni. Was? Bro, das ist nicht dasselbe. Bro, Paprika und Peperoni ist nicht dasselbe. Was soll das? Hä? Das macht mich fertig. Okay. Der Paprika, der Peperoni, die Paprika, die Paprikaschote, die Peperoni. Das ist der Paprika. Pfannkuchen. Crepe, das Omelette, der Palatschinken. So, brauchen wir nicht weiterreden. So. Hefeteigmann. Was? Was für Hefeteigmann, Bro? What the fuck? Was ist der Hefeteigmann? Dumbedai. Grettymann. Gritty Benz. Hefekerl. Klausemann. Krampus. Lebkuchenmann. Pfefferkuchenmann. Stutenkerl. Stutenmann. Unbekannt. Was? Weckenmann. Weckenmännchen. Hä? Was ist zum Fick? Was ist das? Lebkuchenmann halt. Hefeteigmann. Unbekannt bitte. Was willst du von mir? Da kommen noch wildere Sachen. Okay. Fleischbällchen. Bratklößchen. Brat. Fleischklops. Kloß. Klößchen. Beefsteak. Bulette. Faschiertes Leibchen. Naja. Faschiertes Laberl eigentlich. Fleischlaberl. Ja. Fleischlaberl. Das ist das ist das. Damit bin ich aufgewachsen. Fleischlaberl. Als ob du nicht Krampus sagst. Zu einem Lebkuchenmann, Bro. Weißt du was Krampus ist, Micha? Krampus ist der. Krampus ist der Motherfucker. Das ist Krampus. Und das ist Krampus hier. Dieses Scheißteil. Aber doch nicht das, Bro. Das ist doch kein Krampus. Das ist ein Lebkuchenmann. Da steht Hefeteig. Hä? Das ist ja echt das. Okay. Nevermind. Dann ist das ein Krampus, ja? Bro. Weißt du nicht, wie das Hefeteig das ist? Keine Ahnung. Ist das bodenlos? Wirklich. Das ist so eine Frechheit. So. Also Fleischbällchen ist Faschiertes. Fleischlaberl. Okay. Fleischlaberl. Entweder Faschiertes Laberl oder Fleischlaberl. Ich weiß. Viele sagen Frikadelle oder so dazu. Aber es ist Fleischlaberl. So. Ungezwungen unterhalten. Bubbeln. Klönen. Plaudern. Quatschen. Ratschen. Junge, Ratschen geht man. Bro, Ratschen geht man. Zu Ostern. Mit der fucking Ratsche. Wir Ratschen. Wir Ratschen. Das Leiden und Sterben Jesu Christi. Endlich ist er hinter der Trottel. Damit geht man Ratschen. So. Schnacken. Schwatzen. Schwätzen. Sonstiges Ratschen. Ähm. Ich glaube, Plaudern. Ich würde Plaudern sagen. Kann man da mehr voraus wählen? Nein, das ist ein Dialekt-Test. Der Dialekt-Test sagt dir dann später, anhand von den Wörtern, die du wählst, wo du aufgewachsen bist. So. Hausschuhe. Bambuschen. Finken. Hausschuhe. Latschen. Pantoffeln. Patschen. Puschen. Schlapfen. Schlapfen. Schlupfen. Schluppen. Patschen. Das sind Patschen. Das sind sicher Patschen. Ey, das ist... Chad, wirst du was Absurdes? Ich spreche die ganze Zeit Hochdeutsch. Ich mache den Scheiß seit 14 Jahren jetzt. Ich spreche die ganze Zeit Hochdeutsch. Ich glaube, ihr habt viele von den Wörtern, die ich da gerade sage, noch nie von mir gehört, aber die sind mein täglicher Sprachgebrauch. Aber ich verwende die einfach im Stream nie. So. 15 Minuten nach 10 Uhr. Viertel 11. Brauchen wir nicht drüber reden. Haben wir schon abgeklärt. Nochmal als Erklärung, warum auch das das einzig Richtige ist. Okay. Was Viertel ab 10 sein soll, ist kompletter Müll, ja. Viertel nach 10? Nein. Viertel über 10? Nein. Es ist Viertel 11, weil ein Viertel der Stunde, bis es 11 ist, vorbei ist. Reasonable. Fertig. Neujahresglückwunsch. Auf. Was? Man sagt. Chat. Wollt ihr mir erzählen, dass irgendjemand von euch wirklich sagt, auf 2025, Ende des Jahres jetzt, wenn die Feuerwerke kommen, dann sagt jemand von euch, auf 2025, hör auf. Bro, wer sagt das? Wer sagt das? Das gibt es nicht. Frohes Neues. Frohes Neues Jahr. Gesundes Neues. Gesundes Neues Jahr. Glück im Neuen. Gutes Neues, Gutes Neues, Gutes Neues, Alter. Bro, Gutes Neues ist ja so scheiße, Junge. Das ist so scheiße. Prosit Neujahr. Prost Neujahr. Ne, Prost Neujahr. Das ist Markus Söder. Also die älteren Leute, und ich bin als Kind damit aufgewachsen, war Prosit Neujahr bei mir, definitiv. Aber jetzt und auch generell würde ich eher zu Frohes Neues tendieren, wenn ich irgendwas sage. Ich glaube, ich sage Frohes Neues. Ich glaube, ich sage Frohes Neues, aber Prosit Neujahr bin ich mit aufgewachsen. Aber eher Frohes Neujahr. So. Steinschleuder. Fletsche, Flitsche, Katapult. Wo sagt man Katapult dazu? Kannst du mir erklären, wo man Katapult dazu sagt? Wenn man dazu Katapult sagt, okay. Wie sagt man dann dazu? Was ist das dann? Holzschleuder oder was? Was soll das dann sein? Bitte. Was in Gottes Namen soll das dann sein? Das ist genauso eine dumme Scheiße wie Pfannkuchen und Berliner. Wirklich. Einfach ein falsches Wort für irgendwas verwenden, was es gar nicht ist. Und das Richtige dann, naja, wie nennen wir das jetzt halt? Einfach Berliner. Das würde wahrscheinlich einfach, keine Ahnung, das würde einfach Aachener heißen oder so. So eine Scheiße, wirklich. Fletsche, Flitsche, Katapult. Katsche, Katschi, Katzi. Katzi, Bro. What the fuck? Schlappschleuder. Alter, das gibt's nicht. Schleuder, Steinschleuder. Zwiesel, Zwille, Zwille. Bro, das ist doch eine Steinschleuder, Bro. Kann das irgendwas anderes sein? Willst du mich verarschen? Das kann doch nichts anderes sein. Wie sagst du so Pfannkuchen? Palatschinken, weil es auch so heißt. Weil es aus dem Ungarischen kommt. Das ist crazy, Alter. Sessel. Bro, was soll das? Was soll das? Fautö. 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 Abfrage, Arbeit, Klassenarbeit, Klausur, Leistungskontrolle, Probe, Prüfung, Schularbeit, Schulaufgabe, Test. So. Also eine Schularbeit ist was anderes als, also ist ein Test, ja, aber ist was anderes als eine Schulaufgabe. No. Das sind verschiedene Sachen, Bro. Ein Test ist ein Test. Eine Schulaufgabe ist eine Aufgabe, die du bekommst in der Schule. Eine Schularbeit ist ein Test, der eine gravierende Auswirkung auf deine Note hat und sehr viel Stoff umfasst. Und eine Probe hat überhaupt nichts damit zu tun. Was ist mit denen? Was soll ich da jetzt nehmen? Das ist unfassbar. Also ein Test in der Schule ist für mich ein Test. Das ist ein Test. Ich check's. Ich check's. Meine Erklärung ist jetzt folgende, Chat, okay? Es haben ja 800.000 Leute bei dem Scheiß mitgemacht, okay? Und diese 800.000 Leute, die da mitgemacht haben und ihre Wörter angegeben haben, die werden wahrscheinlich einfach nicht die Möglichkeiten gesehen haben, sondern bei denen wurde gesagt so, wie nennst du einen Test in der Schule? Und wenn mich das jemand fragen würde, dann hätte ich Schularbeit gesagt. Deswegen gibt's das hier. Aber wenn du Test in der Schule und die Antwortmöglichkeiten hast, dann ist natürlich Test am sinnigsten. Aber aus der Hinsicht eher würde ich Schularbeit sagen, tatsächlich. Wenn man so... Versteht ihr? So. Okay, schluck auf. Gluxer. Gluxi. Hast du ein Gluxi? Hast du ein Gluxi? Glutzker, Hacker, Hatcher, Hickepick. Bro, nein, was für Hickepick. Was für Hickepick, Bro. Ja. Ich hab einen Hickepick. Das gibt's nicht, wirklich. Das kann nicht sein. Scheiße, man. Hicker, Hickes, Hicke, Hicks, Hickser, Higgis, Hitzki, Höschker. Höschker, Bro, what the fuck? Schlicks, Schlickser, Schluckauf, Schlucken, Schluckitzer, Schluxer, Schnackerl, Schnackel, Schnackerl, Schnackler, Schnagille. Bro, was zum Fick, Alter. Mittlerweile sage ich Schluckauf, aber als Kind war's Schnackerl, würde ich sagen. Deswegen gehen wir eher damit. Kleiner Nagel, Heftzwecke, Puneise, Reißbrettstift, Reißnagel, Reißzwecke, Wanze. Reißnagel. Sehr. Geldbörse, das Börserl, Börserl, Brieftasche, Brieftoschen, Geldbeutel, Geldsack. Bro, wer sagt Geldsack? Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Geldtascherl, Portemonnaie. Geldbörserl, Börserl. Das rein ins Börserl. Langweilig, Fahrt. Bro, das ist das. Es gibt langweilig und Fahrt. Alle Menschen auf der Welt sagen langweilig, die Deutsch sprechen. Österreicher, das ist Fahrt. Kartoffelbrei, Erdäpfelbrei, Erdäpfelpüree, Erdäpfelstock, Kartoffelbrei, Kartoffelmus, Kartoffelpüree, Kartoffelstampfen, Kartoffelstock, Mauke, Püree, Stampes, Stampf, Stampf, Kartoffeln, Stocki. Kartoffelbrei. Erdäpfelpüree. Erdäpfelpüree. Jetzt kracht's, sorry, Chad. Erdäpfelpüree. Haben wir noch eine Milch im Haus? Bro, es ist zu viel richtig. Es ist wegsingend. Haben wird gehen. Haben wird gehen. Home wird auch gehen. Ich glaube, am ehesten ist es das hier. Ich tendiere aber auch zu dem hier. Haben wir noch eine Milch zu Hause? Ja doch, es ist Hamm. Es ist Hamm. Es ist Hamm. Sicher, es ist Hamm. 15. 15. 15. Behältnis für Schreibutensilien. Ohne, dass ich hinschaue, was die Antwortmöglichkeiten sind. Es ist Federpenal. Federpenal. Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. So. Ende des Brots. Oh mein Gott. Warum gibt's hier so viele Möglichkeiten? What the fuck? Anhau. Bullshit. Anschnitt. Bullshit. Chappeli. Bullshit. Das Ende. Was für das Ende. Bro, wie dramatisch. Es ist einfach das Ende. Der Knorzen. Das Kübele. Das Chappi. Houdini einfach, Bro. Kante. Kanten. Kirschtsche. Kipf. Kipfel. Kirschte. Knäppchen. Knäuschen. Knäusle. Knärzl. Knärzje. Knätzle. Kniesje. Knizje. Bro, what the fuck? Knippchen. Knörtchen. Knorze. Knuss. Knüstchen. Köppler. Korscht. Krust. Krüstchen. Kruste. Küppchen. Küpple. Krüstchen. Kust. Mögel. Muga. Mögel. Mutsch. Raftl. Rem. Remftler oder ähnliches. Ranft. Remftchen. Rankel. Reifle. Riebele. Rindl. Sknippel. Scherz. Scherzl. Scherzal. Zipfel. Und was ist es? Das Scherzal. Es ist das Scherzal. So und das letzte. 10 Franken für 1 Euro. 10 Cent. Was geht es hier gerade? Achso es geht um 10 Cent einfach. 10 Cent. Groschen. 10i. 10i. 10er. 10er. 10 Cent. Hä? 10 Cent. Okay. Boah jetzt bin ich gespannt. Es wird so krachen. Ich sag das ist komplett falsch. Boah was für Bro. Was für Pferden oder Fels am Magrami, Ohrschlöcher. Es ist komplett falsch. Wo ist das? Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Wo ist das? Achso sicher nicht das Pferden. Wait, aber dann ist es actually true. Ich dachte das war ein Entweder oder. Ich habe mich so richtig gelesen, ja. Dann ist es aber actually gar nicht so schlecht. Ja, aber sieh hier. Ganz klar. Niederösterreich. Okay, dann ist es actually gar nicht so bad. Dann ist es actually fairly accurate. Ist okay. Nevermind. Warte, ich will eine Sache wissen. Ich will das jetzt nochmal speedrunnen kurz. Warte. Und jetzt mache ich die Begriffe, die ich als Kind auch immer gesagt habe. Jetzt machen wir mal Kicken. Jause. Ich versuche es richtig österreichisch zu machen. Und schauen, ob es näher ist. Der Paprika. Palatschinka. Krampus. Fleischlaberl. Plodern. Patschen. Viertelelf. Prosit Neujahr. Steinschleuder. Stuhl. Ah, Sessel. Schularbeit. Schnackerl. Reißnagel. Börserl. Pfad. Erdäpfelpüree. Ham. Das bleibt trotzdem gleich. Federpenal. Das. Scherzerl. Und Zehnsinstück. Ha, jetzt ist es sogar less accurate. Davor war es genauer. Ha. Spannend. Spannend, spannend, spannend. Spannend. Spannend.